Kassi aus der Seite mit Rix und meinem Bruder Brutal, ich hab da außersehen, ich hab, Leute, ich hab da außersehen Nüßchen geschrieben, aber Bruder, das ist doch egal, weil das sind Brüder, ne? Weißt du, was ich meine im Restaurant in Nüßchen? Und passt auf wegen, passt euch auf wegen Corona-Time, Spaß, und folgt, folgt, folgt deine Fresse, labbra! Leute, folgt uns auf TikTok und abonniert meinen Kanal, bitte, und mein Bruder Brutal Resol auch, bitte, und like die E-Belle, dann gibt's mehr Videos von uns Oh, Digga, wallah, erste Runde, den ersten und den zweiten Kilo, wallah, ich hab seine Mutter Morsch gefickt, Oh, Digga, ich hab, ich hab einen Kommentar gelesen, wenn ich so mit Vierstimme rede, also, hey, schei, schei, mir, oder so auf Deutsch, ey, was geht, sagen, das ist komplett andere Stimme Digga, ich hoffe, ein paar Leute gucken gleich zu mir nachts, weil sonst kommen keine Videos, sonst kommen, wenn da kein Abo ist, ich hoffe, meine Mutter und keine Like, ich hoffe, meine Meine Mutter schredet diesen Kanal und gibt's keine mehrere Videos Aber auch, Digga, ich mach auch die Videos, auch für meine Family, meine Gang, also meine Gang sind die Fang, also meine Abonnenten Ja, Junge, du wolltest hier kommen, Digga, lass mal, ja, geh du, geh du bei den gelben Maus, bruh, bis jetzt, ey, du sagst, ja, okay, du kannst da nehmen, gelben Maus, oder ne, wir gehen beide ein aus, Digga, bevor wir am Arsch sind wieder Ich nehm diesen Bruder Ich nehm diesen Bruder Mannach, na, er ist ein Waffe für mich, bro Hast du ein Pistole, hast du ein Pistole? Digga, ich hoffe, alles heute, ne, ich schwör auf meine Mutter Wärme lernen Deutsch Äh, ich hab heute Hier ist ein auf Ja, warte, ich hab heute drei, vier Gegenden mit Pistole geholt, ich hoffe, meine Mutter Du kannst Süßen fragen Süßen und deinen Cousin, weil wir haben heute mit deinem Cousin gespielt Leute, wir waren heute und gestern live bei Twitch, also nicht auf die Q, weil ich hab auch einen neuen Kanal auf Twitch Oh, Digga, deine Fresse, ich mach hier einen Kommentar Weil ich mich für einen Faker gegnerst Ich hab heute hier mit Pistole Ich hab heute, also Captain Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin was auf eine pistole wala ich hab seine mutter muach gefickt da warte bruder ja da kommen wo er bruder das eine war seine mutter um arsch gefickt ja ich hab hier für dich weil die bei mir den ganz am besten spielen der weiß auch bruder ne danke bruder bis ihren mann ich hoffe alles ich kette deine herz doch wie sehr lang ich hab gesagt ja wo das weiß nicht für mich die familie muss man da sein dass ein gegner wala will er kommt dahin weil ich finde seine mutter war man nach er das ein wort lassen 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 dass ein wort sie können die in spiel sache jung ich hab doch gesagt lassen land der seine arsch von dem fischer war nichts gott stinkt fehler viel aber viel war war mein wiener oder doch kleine mission ab der munition habe ich klein und große da mann morgens land die gaben menschen halt mich einmal mit ein der menschen hat mich hier eingeladen ja da kommen ich hatte ich jetzt gleich ein war da wieder kommen er hat laden party ein ja menschen hat mich hier eingeladen und fortnacht ja da kommen die gar nicht schön weil ich will mir die lange her spielen ich war in der mutter ich habe doch gesagt so hast du mein party reinkommen eigentlich studiert ja junge ich hab ja ich bin ich bin jetzt gleich in sein lobby vorangehen wenn er anfangen hat er hat angefangen oder wieder warte schreiben kommen kommen in mein lobby da kommen mein lobby ja das level 100 jahr der wetten geschrieben die kameras wird so mann nack schreibt mir nicht mehr wollen dabei ist meine faller wie heute schon haben wir alle geschrieben viele leute mädchen weiße ja 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 er ist wieder aus der skopse zu der nefata gegangen ah mann 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 ach so grüß ihn für meine reaktion in seine lobbyland habe ich doch gesagt kommen zu ihren löser in sein lobby jalla komm jetzt komm du bäger ja da kann ich nicht ich kann ich eigentlich hier nicht finden mich wahrscheinlich ich habe euch oder ihr mich hier kommt doch du mein lobby die gar so kannst du mein lobby kommen was du mich scheiß da doch sucht womit und beiträgen der händiger werkt nimmt man guckt zu werden weil er kommen jetzt in meine lobby und dann ficken die mir am oasch ich hab doch gesagt du hast mir nicht schicken ja ich glaub die doch mal warum musst du nicht schicken ich habe doch gesagt geschickt bin ich ich komme ich nicht in den mann woller ich tut mein handy monat er weiß wer weiß wer gerade zu guckt ich es glaubt ich glaube auch die ich glaube auch nicht guckt zu also auch nie mein bruder jetzt guckt er doch nicht zu die gar warum dieser hann er hat mich ein jalla ich heiße auf den pimmelberger weil er wegen den habe ich verkackt und selbst jahle habs genommen er ist um zu gucken willst du haben zu gucken weil niemand ist am zugucken ich glaub kann seit du da ist ein wala ich werde die naubin so so richtig so richtig so die gar die gar nicht wieder ein dieser pimmelberger ich gehe auch nicht wenn wir die da ganz schlecht bin wieder da ja ohne repa wegen deinem schicht das ist das war trägst du behar die gar und diesmal nicht junge du hast gesagt ich bin wieder da ohne behabe das vielleicht dass auch irgendwann wieder angetragen hast du idiot also spaß die aschloch alle eine fresse kriegst du diese banan skin die netz in deine angst reingesteckt okay make some of kite is that who who is on monachs hey bruder ayer frage sma before this is video fetishes duffie time duffstein bruder da bin ich darf ich darf ich dein stimmig hier eintragen also dass man nicht hören kann okay mach ich nachher ja wenn das gleich ist in youtube mache ich gleich nach oben kommen die dieser haus lacht du hund legt mir nicht so viele eier wala komm ich da und bringe deine bricht ja ja pisch da oh da ist ein alarma wala bila soll ich den holen ja ne komm kommen wir treffen uns wir treffen uns hier kommen sofort du hier ja komm du aber sofort hier du aschloch gleich ja komm danach gleich du aschloch sage nicht man spiel ich die ne nein 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 eh falls du sterfst bruder sorry wallah ich kann ich erstmal nicht reiten weil ich hab selbst keine waffe ich bin wieder da ohne und zwar rapper und zwar bank rüssel deine face nach heute mittag nach und klärt sich wie dienke deiner freundin wie heißt ja kritisch ne von deinem freund von deinem freund von deinem vater der freund freundin hey chilen bitte wala riesen nichts dort treuh mal rein zeh mal rein zeh mal rein zeh dann we ge mir ja wegen mir dann erret' ich dich nicht du aschloch tschüss Spass Digga, du bist mein Habibi, mein Herz, weil er schreit dich. Ich töte diese Ruhe so nicht, ich füge den Moor, schreit dich, ha? Warte Digga, Chili ist noch ein Gegner, ich kann ihn irgendwie sehen. Komm du hier seitlich bei mir, komm hier. Ich krieg dein Herz, ich krieg dein Herz, ich krieg dein Herz, ich krieg dein Herz. Deine Arsch, dein Arsch ist richtig geil, ist das Leder oder ist der Stoff? Ich bin mir, Bruder, ich trinke jetzt mal das, ich hab keine, Bruder, ich bin mir, jetzt. Ich hab nur eine Waffe, Digga, die ist voll scheiße, ja okay, die ist gut, aber ich brauche noch eine, dass ich alle am Arsch richtig rasieren kann. Ey, hier sind ein paar Leute mit Hubschraubern, warte, dieser Arschloch, ey, lass mal hochblut schrauben, oder ne, blut schrauben nachher, Mannax, ey, hier ist einer, hier, oh, 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 alleder Mannax! mein schwecken ihren mutter manch am war schreit aber die hatten glücklich auf meine mutter weil die mit den sie uns Ungebracht haben, wie heißt das? Oh Scheiß! Was? Ich will Wasser trinken. Ich öffne das. Ich will das trinken. Die Scheiß-Kreis-Rei-Bel. Nichts weiß, du weißt ja, man mag das, aber du hast den Effekt. Ich wollte trinken und auf einmal muss ich niesen. Ja, aber es reicht. Ah! Schadefulla. Hey Leute! Falls ihr jetzt Kaka von denen live guckt, ich hoffe, meine Mutter, ich verlasse live gleich so in 20 Minuten. Ich mache 30 Minuten, locker 10-50 Minuten. Dann geben wir heute wieder live oder morgen? Falls ihr andere Bezug um die Familie Berger hat. Ja, ne, morgen. Aber spiel auch vielleicht heute live mit deinem Cousin und äh, Hüssen. Männer, falls spielt. Sogar, ich habe sogar die Leute versprochen, wenn ich äh, Geld bekomme, dass ich mir ein Battle Pass hole. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir diesen Battle Pass holen soll. Oder ob ich diesen nächsten Season... Hey, ich soll lieber nächste Season warten, bis neue Battle Pass und so kommt, ne? Weil, weil die sind alle so schlecht. Also die Battle Pass. Ich weiß. Deswegen warte ich bis Season 3, bis es kommt. Rolla, dann hol ich den und dann rasieren wir alle. Dann fingen wir die alle richtig am Marsch. Ja, ich habe Spaß dabei sein, die Däger Morsch mit dieser Worte. Was war diese nächste Worte? Jetzt aber auch von Anfang an bin ich nicht ganz normal. Weil diese Leute denken, ich bin ein Psycho-Karant. Und dann.... Ich war dann aber... Ich war dann? ...und dann kam okay bei der Zauber, dann komm ich ab. Ich bin dann... Ich bin dann... Ich bin dann... ... und dann kommt ihr da. Ich bin ein... Hey, Bruder, lass doch hier eins gegen eins dann. Okay, Bruder. Komm schon hier denn? Also... Aber bis zum 10 Kilicial, okay und ich bruder? Dann komm ich einfach auf. Okay, und das? Dann komm ich... Dann komm ich auf, dann komm hierher... auf mein tisch weil am morgen morgen nicht ich muss morgen für die schularbeit mit ich will mir ich will mir heute die kappel die kappelpizza mit salam weil geiler was die schweine gar das rind kapitalisten muskel ich war meine mutter kapital ist sogar muslim er ist muslim pack alle oder google bei google bei google haus oder morgen wieder also ich schon gar nicht weil gar nicht kann er das auch gedacht aber wo ich ihnen das gesagt habe das ist drin er hat dann erstmal auf ihr internet geguckt und so das war wirklich dann auch egal warum soll ich andere leute die muslimen sind verarschen wenn ich selbst muslim bin oder habe ich finde ich meine kieler was heißt auch wir sind beide leger heute so ein pimmelberger da wo ich so gespielt habe alle haben einen kill geklaut nicht mal ein habe ich obwohl ich eigentlich locker 10 kilt hatte ich hoffe meine mutter alle hat die zeit schon wo ich erneut aufgegangen ist wo aufgegangen ist egal was ich mich weiß wie ich ja dass sie war vor verlass hat was er hat er muss er hat kein bock auf zocken weil er verkauft hat hat zeit mit mir und sein koseck weil es kann erst mal bord spieler die alle schlecht waren danach die spieler und die sogar mit paketengewehr und erschossen die gar heute spieler vielleicht ein bisschen siegen pistole also die letzten schuld ja da kann davon die gammon klaus immer mein kilde gar ich habe die netz wie also warum hast du getan das ist meine herz blut alles weil das mein erwarte lang die gammon sprache gute lud für meine mutter hier ist ein green angu aber wo ich weiß nicht ja hier vorne die geilfe irgendwo hier zwei gegnern glaube ich aber ich glaube bei das wort die kalt schuld bekommen ja wo sind die ich auch dich ich hatte ja über dich doch schein aber ich weiß ja nicht wo die sind ja gut da das richtig sport wahrscheinlich das ist ja jetzt geklärt nachs ich kann mal gleich mit gleich pink in den portipo mein er ist so gern doch eigentlich versprochen dass wir nehmen und es ist ein werden das sogar lange ja noch mal mir das war ein guter spaß die alter ja ich habe gern doch wir haben doch äh meinen fans versprochen er wird versprochen wir machen morgen falls der reich von meinem king morgon ist also fast erspielen kann dann ist riesen wir so ein freund von mir oder von ihm oder niemanden gar niemand oder sie max oder so hier irgendwo hier hat er gebaut schon meine mutter dicker man da kann mir gebaut was sie nun so naja richtiger buch und sonne kann aber bei mir man noch spielen hier sogar das hat er auch gebaut weil hätten wir das gebaut dann hätte ich mich verhört aber egal das war er ich bin ich zu tun ich habe ihn so gesetzt gesehen die gar nicht auch langsam auch in der mitte er ist neidiger von wo aber auch so genau da wo ich war wie bei die bastards haben das geplant er alle kommen einzigen 1 ich bin kurz auf klo nicht kann ich mache schon mal du kreative modus seit jana warte warte ich mache bereit Langweilig, mach kreativen Modus, mach bereit, dann geh schnell ins Klo. Ja, mach bereit, dass du nicht extra warten musst, Dusch, Passt, ich hoffe, du wirst nicht langsam auf. Ja, hier, Junge, geh jetzt, ich muss doch. Eigentlich, sogar eine Oma hätte zu lange nicht geklappt. Ja, hier, Junge. 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 So, ich bin ja da, und Mohammed ist gerade da, und, also er ist auf der Kuh, und in dieser Zeit esse ich was, und an den Menschen, die das fasten, schaltet weg, oder, ja, entweder Ich werde weg, oder? Bin wieder da, ja, ohne Ressult, bin wieder da, ja, ohne Ressult, ich frag mich, warum, Ressult, Patti, verlassen Leute, also mein, zu meinem Fan, sag ich, die, die wir im Video sehen, ich sag euch, äh, morgen, ich geb euch meine Nummer, weil mein, so ein Fan hat zu mir einen Kommentar geschrieben, ob er meine, äh, Nummer haben darf, um zu schreiben, WhatsApp und so, weil er, dass er sein Geburtstag gewünscht hat, seine Wischung ist Empfehlung, und morgens, äh, sag ich euch meine Nummer, mein Handy, Nummer, dann schreiben wir auf WhatsApp, also nur fünf Person dürfen uns, ja, wo, hier, lag und bei, also Leute, habt ihr gehört, ich komm, ich zeig euch morgen, ich sag euch morgen, mein Handy, mach, und Ressult vielleicht auch seinen, was soll ich das wissen, du hast, du wolltest doch hier Achso Wir müssen uns, wir müssen uns umbringen Glaube ich, ja Ey, bald kommt Till Towers wieder, ne Ich hoffe, meine Motte, also haben so paar Leute gesagt, um YouTubern Und da wird sogar alles rasieren Da wird alle rasieren, der Till Towers Das gleiche, nur ein bisschen neuer, andere Farbe und so Das ganz gleiche, nur andere Farbe, also Und das sogar in ein, zwei Jahren Also in Season 5 oder 6 Ja, wo bist du? Ja, nein, ich weiß nicht Digga mal, warum ist das so? Ja, wo bist du? Hier Ich bin hier Wo bist du, Mann? Ich bin hier Ja, ich bin hier, hab ich auch gesagt, du schwöriger Na, ich seh dich, hab ich schon Ich seh dich auch nicht mal Ich seh dich auch nicht mal Na, guck, es ist so Ja, wo bist du? Achso Da, richtig Komm her Ja, bis auf Braille Das ist voll geil, ne Geht? Ja, geht Ja, geht Ein voll scheiße wegen die Füße und so Weil Ja, wo bist du? Ja, ich bin hier Ich komm Digga, wenn ich hoch gehen will Kann ich irgendwie nicht reinkommen Ey, wo bist du? Du Arschloch Ja, ich bin hier Ja, ich bin hier Ja, ich bin hier Ja, ich bin hier Du bist du, Mann Flach 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 Wo bist du, Mann? hallo also der solis wieder da hollte dj Bro do I slug I slot be desde d UC bus wie oft willst du mich noch treffen gepasst hat ob ich gut ziele der wahl Ein weiterer. Stimme. Ich hab' dir das. Wartier? Wie ist das? Wie schnau ich. Ich hab' dir das. Ich hab' dir das. Ich hab' dir das. Ich hab' dir das. Wartier? Ich hab' dir das. Ich hab' dir das. erst mal sagst du hast einen bock auf das ist ja schon krass mir kurz mal recht weit einmal vorwärts einmal habs nehmen du passt auch noch sie ich würde dich gleich genau du hast glücklich warum meine mutter ich werde ich sowas war eine branche gibt ich will dich sowas von einem morstigen ja du hast du fliegt darum wie ein spiderman gesagt ich bekomme du bastards das ich spreche nicht so oft wie du und deswegen bekommst du auch nicht ich heiße direkt sollte da reingehen ich weiß gar nicht mehr daneben die durch die blinder oh ja ich bin rein die kann man kann man nicht bauen nicht bei mir wackelt auch wenn ich ein bisschen wackelt egal bis hier in die kamera ich habe alles nun ganz ein bisschen so schnell bei dir ist das nicht so bei mir du hast eingestellt die kann ein ich verlasse gleich noch die sonne weil es wahrscheinlich ist wieder für dich ist das cool weil du gewinnst du was hat mir ganz genau sei doch ehrlich hätte ich gewonnen hätte sogar ein bock wird sogar verlassen erste runde ich brauche meine mutter ja ja weil ich weiß wie du bist jungen meinten so füllen die gammaren niedriga ich verlasse jetzt kommen zurück zu zentrum weil kein bock hat man wasser bis selbst in deiner guck zu als gegen eins kommt zu zentrum ich stelle jetzt mein eigenes ja ich habe auch verlassene jod du hast noch wer hat schon morgens gefickt die alle kommen wieder rein die schnauze Fick du Arschloch, jalla, komm hier rein. Du Arschloch, komm jetzt rein, wer hat dich am Arsch gefickt, jalla. Keiner Bastard, jalla, ich geb dir nie eine Bombe. Aua, deine Fressin, komm jetzt am Nack, bevor ich dich am Arsch fick. Komm jetzt, wohin und schnauze. Stell du Arschloch, jalla. Ich bin schon rein. Junge, ich bin schon mal rein. Wir sind in der Insel. Ungemalt, ich habe ihn gestartet. Kleiner Bastard, ich werde schon morgens ficken. Komm raus sofort. Du hast schon einen gemacht, jetzt mache ich einen. Ja, aber du gehst in einer. Ja, wo? Ja, bei den ganz letzten, äh, bei der linksten Seite. Links? Ja, ganz links, äh, letzte Seite. Oh, was? Was machst du da? Moir schwecken. Was mach ich mir jetzt da? Moir schwecken, man. Was? Was? Ich bin auch nicht, da das ja, Alter. Ich bin, kenn ich. Ja, weil du gegen Niesen gespielt hast, oder? Ja, das habe ich mit, äh, das habe ich zugeschaut. Oh, ich habe dich am Walsch gefeckt. Äh, ich habe dich am Walsch gefeckt. Hast du gesehen? Ja, ich habe 29. Ich habe 29. Und du wirst nicht sein, wenn ich jetzt gerade sehe. Du wirst sehen. Du wirst nicht sehen. Wenn du wirst nicht spielen, kann ich nicht spielen. Ich werde dich am Walsch ficken. Nein, ich werde dich am Walsch ficken. Aber ich werde dich am Walsch ficken. Du wirst nicht ficken. Du wirst nicht so schlecht. Du wirst nicht das. Du wirst nicht weitergefallen. Du wirst nicht los. Du wirst nicht, du wirst nicht los. Ich werde dich am Walsch ficken. Lass uns okay. Was? Ja! Du wirst nicht erholt. Ich werde dich am Walsch ficken. Ja, ich werde dich am Walsch ficken. Ich werde dich. hey maria das ist ja schon spitz aber war da ich will sich zurück als hier mal damit dieser waffe ist sogar hüsten schlecht den ukada ist wir waren beide schlecht aber ich finde ich so hast du buster ja okay warte abwarte habe schon meine mutter ich werde ich richtig am morgen stecken ja da kommen wir nicht so viel stecken mein mann eine demo die gar keine kurze jalla mann ja so hast du die schritte in den einfach kennt ganz so viel wir kämpfen Digger wie das denn? Wie das denn? Mann! Kennst du so? Kennst du so? Weil Digger, ich hab gedacht, ich bekomm dich. Hm, du Arschloch. Jalla, komm zeige ich dir her, ich will dich eh richtig am Arschficken. Du hast eh noch weniger Leben. Du bist du Arschficker. Wo bist du, du Arschficker? Zeig deine Unsichtbarheit, Liga, du Arschloch. Ey, das ist Finale, Digger. Wenn du gewinnst, dann hast du die Runde gewonnen, dann lass mal Teams oder so spielen. Mit Hatice, wenn sie ohne ist. Nein, nein, es gibt doch mehr noch. Nein, scheiße, Liga, ich will mit Teams spielen. Aber das ist Angst, ne? Was für Angst, Junge. Du bist auch selbst, du bist auch selbst schlecht. Ja, ich weiß nicht, wo du bist, du Pussy. Ich weiß nicht, wo du bist, du Pussy. Ich bin hier, wo diese Spinter ist, diese Ferrari und so eine rote, gelbe Ferrari. Oh, Arschloch. Ja, wo bist du, sag mir jetzt, wo du bist, ich hab dir auch Tipp gegeben. Ja, wo bist du? Ich bin hier bei diesem Kaisel da, auf der Dube. Ja, dieses Spinter. Dieser Spinter. Dieser Schatz ist Brinter, dieser Kaisel Ferrari. Dieser Wetter. Dieser Wetter. Dieser Wetter. Oh. Ich scherrisch euch, wollah. Ich scherrisch euch, wollah. ich hab dich um was gefickt richtig doch doch was für ein doch bitte doch da reparieren deine art richtig ja doch genau spaßiger ok so viel und kommen jetzt du hast noch spiel wie ein mann junger du hast mich gerade gesehen und du kennst gerade selbst kennst du auch gerade hat das nicht gerade gesehen bis weg gerannt jung ich war hinter dir gerade wo bist du ich bin hinterher gekommen ist bis auf einmal nicht da schnauf gott ich hier rum du musst ihn nicht ich kann mal den schwarzen spender hier wo diese rote links ist in der mitte wo bist du mal kam wo komm die schüsse diga ich guck 60 ich glaube ich habe dich gerade gesehen glaube ich ich schaue dich nein du hast fest ist es guckend nein du hast rein zu treffen weil das ist ganz einfach nicht das war richtig dass ich ja moore richtig schwoitaint ich schnautes mich ich schnautes mich ich schnautes mich ich schnautes mich junger sie kämpfen ich bin hier lang gelaufen gott diese video danach du arschloch habe ich habe ich dafür schuld wenn du so schlecht bist ich kämpfe ich kann bin ich kann es auch nicht junger bist du wir sind wir sind wir sind Ich habe nicht mehr die Neue, die ich habe in meinem Kopf geschenkt. Ich habe mich nicht mehr auf den Kopf geschenkt. Die ist nicht mehr so das Problem. Ich habe nicht mehr so was. ich kann man aber ich will deine arfricht ich wieder das finale die geist hat ein bock danach ich habe gewonnen das finale der gewinnt das war ja ok leute das war mir dieses video weil er krank gesucht haben weil er nächstes mal klatschkopf store ich hatte eine freie sehr viel spiele noch aber ich bin die hier live stream weil ich auch keine arschloch reingockt mal lag ich hab nix gott